Schnäppst du hier fällig? Danke, ja. Im Sommer ist dies hier immer mein Essschrank. Nehmen Sie einen Mahandel oder einen Bierenfang? Na, wenn Sie eine Backflamme da haben, lieber Mahandel. Der andere ist mir zu laverig. Weswegen ich kam, Sie sind noch ziemlich fremd hier in diesem Kreise. Da habe ich mir gedacht, ich erzähle Ihnen ein bisschen über unsere Familie, damit Sie ein paar Lampflichter aufsetzen können. Oh, ist hier zeichnet. Ich rede auch nicht gerne im Allgemeinen. Dann kann ich mir erst ein paar Notizen machen. Ja, aber jetzt erst mal ein bisschen, ja. Ach, also denn, Prösterchen. Prösterchen.